Leute, wir sind hier in der Nähe von Estremos, in Portugal. Wir sind umgeben von 100 Jahre alten Kork-Eichen. Es ist wunderschön hier. Und unter den Kork-Eichen haben wir schon wieder einen ungeschliffenen Rohdiamanten entdeckt, den wir euch in Zukunft sehr viel näher bringen werden. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber da drüben ist er. Guck mal.